Hallo und willkommen zurück zu Pikmin! Wir werden jetzt das dritte Level betreten. Zentrum des Waldes. Mit dem Wald hat das eigentlich eher... ...nichts zu tun. Weiß auch nicht genau, warum so heiß es ist, eine Höhle. Und dort finden wir auch die blauen Pikmin, glaube ich. Aber frag mich nicht mehr, wo. Ab jetzt kann ich mich nicht mehr so gut... ...an den Level erinnern, wie es bislang der Fall war. Ich weiß nur, dass es hier eine ganz Ecke schwieriger war, an alles dran zu kommen. Schauen wir jetzt einfach mal, auf gut Glück, von beiden Pikmin-Sorten ein paar raus. Nicht zu viele, nicht zu wenig. Die Musik ist aber cool. So, das ist eine Art Spirale hier gewesen. Da können wir die Pikmin upgraden. Und jetzt reißt die erstmal das hier ein. Da hole ich ein bisschen Verstärkung. Komm. Wir machen voll da. Holen wir uns rote noch. So. Damit es ein bisschen schneller da vorne an der Mauer geht. Und erst wenn wir die blauen Pikmin auch haben, dann können wir natürlich in den anderen Welten auch alles lösen. Das werden wir dann erledigen. Aber erstmal schauen, dass wir hier in Tag 4 im dritten Level auch ein bisschen was erreichen. So, meine 100 Freunde. Fleißig am Arbeiten. Alle an derselben Stelle, was das bringen soll. Aber okay. Letztendlich die Wand reißt. Und das ist ja alles, was wir wollen. Die meisten sind Blumen. Also wenn wir Pikmin rausholen, sind die meisten, ja, Blumen. Also wird immer die guten Pikmin bevorzugt. Aber ich sehe auch Blätter und Knospen. Die Blumen hier wachsen auch erst mit der Zeit. Also im Laufe des Tages. Und es war mir so klar, dass die da unbedingt kämpfen wollen. Was war das hier? Das sind die Blauen. Ja, soll ich euch wieder zurückschicken, oder was? Jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um. In dem Level ist auch viel Wasser, ist klar. Blauer Pikmin, da hinten ist noch so eine Art... Wie nennt man's? Wie soll man sagen? Ja, wie bringe ich euch dazu, zu arbeiten, ohne dass ihr runterstürzt? Gut. Das finde ich gut, ja. Da klettern... Die klettern alle schon drauf, damit... Sie dieses Item zurück zum... Diesen Shots zurückbringen zum Raumschiff. Es sollten genug sein, die da oben rumlümmeln. Strengt euch an. Der Rest bleibt oben, da freue ich mich aber. Nun habe ich mein automatisches Getriebe wieder. Dieses Ding tuckert auf seinem eigenen Weg dahin. Dabei erleichtert es mir das Fliegen ungemein und gibt mir die Möglichkeit, mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Ja, ja. Fauli. So, ihr da oben kommt alle mal mit und ihr auch, weil hier wimmelt es mehr oder weniger von unangenehmen Käfern, Viechern, die uns auch die Pygmen wegnehmen können. Nix wie weg. Oder okay. Wir kämpfen. Komm. Wir kämpfen nicht. Aber diese Feuerkerle, die spucken Feuer und die roten wird es nicht viel ausmachen. Aber den gelben. Die gelben sterben. Nein. Sieht gar nicht gut aus. Ah, Rückzug. Ja, nehmt's mit. Oder ne, lasst es dafür die Klauen kommen. Macht euch ab. Komm, alle mit. Wir ziehen uns zurück. Das wird mir zu heiß hier. Ich glaube, diese kleinen Oasen da oder was auch immer das darstellt, lassen die die Scholle da nicht in Ruhe. Da kommt auch nur Honig raus, aber die meisten sind ja schon... Blumen, Blüten. Und die sind ganz schön umweg gegangen. Ich frage mich warum. Aber macht nichts. So, dann warte ich mal kurz, bis sie das Ding hingetragen haben. Vielleicht noch ein bisschen Verstärkung. Nein. Maximale Anzahl an Pygmen bei diesem automatischen Getriebe. Und wir haben es zum Raumschiff gebracht. Das sechste von 30 Teilen. Haben wir alle 30, ist das Spiel zu 100% gelöst. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Aber ein wenig dauert das noch. Es ist von kleinen Rissen durchzogen. Ich habe versucht, diese mit Lehm auszufüllen. Ich hoffe, das reicht aus. So. Noch sechs Teile und wir können in die... in die vierte Welt von fünf. Ja. Ach nee. Zurückschicken. Alle wieder rein. Die roten und auch die gelben. Und der erste Viertel des Tages ist bereits vorbei. Gut. Wenn alle oben sind, und das sind sie jetzt, gehe ich zu den blauen Kollegen. Ich wusste nicht, dass sie hier sind, ne? Also wenn ich es gewusst hätte, wäre ich vielleicht gleich aufgebrochen. Gut. Blau, Pygmen. Mit Rot, Gelb und Blau haben wir alle drei Pygmen-Sorten aus Pygmen 1. In Pygmen 2 gibt es ja noch Lila und Weißpygmen. Ein Albino-Pygmen. So, ich mache die Blumen schon mal ein bisschen... Obwohl, ja, komm. Mach richtig. Kostet alles Zeit. Und diese einzelnen Pygmen sich darum kümmern müssen. So. Die gelben haben Ohren, die roten haben Nasen. Und die haben halt Münder. Kiemen, sagen wir es so. Kiemen. Zählen sich um einen Pygmen in einer anderen Farbe. Ja, ja. Gut. Und schwer zu erkennen, im Wasser überleben sie. Das ist ein großer Vorteil. Und es wird Zeit, erstmal ein wenig zu züchten. Wir brauchen blaue Pygmen. Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Und so versuchen, immer möglichst gleichmäßig zu halten. Und möglichst viele auch zu züchten. Ich meine, wenn man alle mit 500 hat, dann ist man gut bedient, ja. Es werden auch mehr als genug draufgehen. Wir haben ja schon sechs oder so eben draufgehen lassen. Das waren wahrscheinlich Gelbe, die ins Feuer gerast sind. So, wir sind jetzt zu fünft. Ihr könnt jetzt das tragen. Und da hinten sehe ich noch was. Da liegt auch ein Item des Raumschiffs. Du hilfst auch mit, Kollege. Und das Ganze liegt im Wasser. Das heißt, nur die Blauen können das bestreiten. Wir werden jetzt erstmal versuchen, etwas die Blauen auszuweiten. Weil es gibt ja, wir haben jetzt viel mehr Gelbe und Rote als Blaue. Ist klar, die haben wir auch eben erst entdeckt. Ach was. Aber das war es dann auch so mit dem großartigen Züchten. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen langweilig für euch sein könnte. Schaltet nicht ab. Das wird nur auch bombenmäßig hier. Wie gesagt, ich kenne die Welt hier wirklich die am wenigsten. Ich glaube, ich kenne die vierte und fünfte Bässe. Das liegt auch daran, dass die teilweise auch wiederkommen in Pigment 2. Ziemlich verändert. Als wäre man Jahrzehnte nicht da gewesen. Und den meisten Spielern fällt es gar nicht auf, dass man wieder plötzlich andere bestimmte Areale von Teil 1 wieder betritt. Betritt! So, 16 Blaue Pigment. Kommt mal mit, meine Freunde. Da liegen nämlich tote Käfer. Aber ihr dürft nicht in die Flammen. Schnell und leise arbeiten, bitte. Gut. Da liegt doch was Totes. Ah, das ist ein... Das ist ein Gegner. Da ist eine tot. Da ist einer gestorben, hey. Dann holen wir dich aus der Luft. Ha, ha, ha. Wie viel müssen denn? Drei? Ne, doch, nur einer. Ja. Und hier ist halt Gefahrenzone. Unschwer zu erkennen. Es muss ja irgendwo... Müssen ja noch Brücken gebaut werden und was weiß ich. Da zum Beispiel. Kommt, das schafft ihr. Alleine. Ich helfe mit. So. Ich unterstütze euch ein wenig. Auf dem Weg. Ich frage mich, wo ihr hinwollt. Eure Basis ist da. Ihr nehmt einfach nur eine gesunde Kurve, oder was? Ja. Vorsicht ist die Mutter der Porzellarenkiste. Oh je. Aber der ist nicht feindlich hier. Der ist nur ein bisschen crazy, glaube ich. Oh, das ist ja feindlich. Sehr feindlich. Ich besiege dich. Hier in diesem Level gibt es einen Endgegner, den ich immer als Olimar alleine besiegte. Aber ey, 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 ey. Okay, sieht nicht so aus, als könnte ich ihn allein besiegen. Ah, ich weiß, was der will. Der will auch die Dinger, diese Pillen, sag ich einfach mal. Der zieht die auch mit. Aber sobald ich ihn da... Solange ich ihn davon abhalte, sind meine Pikmin in Sicherheit und meine Pillen auch. Bleib blocker, Kollege. Und jetzt bleib, wo der Pfeffer wechselt, ist unser Reich hier. Ja, man sieht, die EQ ist auch nicht besonders hoch. Auf jeden Fall haben wir ihn so abgehängt. So, den Rest schafft ihr schon alleine. Ich habe hier noch ein bisschen was zu pflücken. Man sieht, dass das Ganze doch schon wieder ein bisschen freundlicher ist. Wir sollten versuchen, einen ein bisschen anderen Weg einzuschlagen. Ich würde sagen, da hinten dieses Item, dieses Raumschiffteil, das will ich unbedingt haben. Ah, Moment, Leute. Die Zeit rennt davon, wir müssen Schluss machen. Bis zum nächsten Part.